moin moin hallo und herzlich willkommen zu einem neuen video hier auf meinem kanal und heute gibt es wieder eine runde shakes and fidget ja und heute möchte ich euch ein ganz interessantes video thema vorstellen und zwar gibt es ja eine gewisse taktik wenn jetzt zum beispiel jetzt irgendwie geld keine rolle spielen würde was ist da der beste weg um nachher im late game irgendwie geld zu generieren zum beispiel die die auffoljagd von tourer verfolgen sollten die wissen ja dass er bis stufe 612 dort pushen möchte und ab 612 wird quasi das reittier der greifen drache der erreicht da quasi ein limit von 10 millionen gold ja das ist dort gecappt das heißt im umkehrschluss ein skillpunkt nachher am ende des tages für 25 pilze das ist bisher so das effizienteste was mit man an gold bekommen kann wenn jetzt geld keine rolle spielen würde es gibt aber auch noch eine geheime taktik sag ich mal die deutlich effizienter ist deutlich mehr gold bringt und auch ein bisschen pilz sparen da ist auf jeden fall die taktik gibt schon länger die taktik hatte ich auch schon länger auf dem schirm gehabt habe sie aber ja bewusst noch nicht vorgestellt weil die taktik auch sehr umstritten ist und ich eigentlich nicht möchte dass so viele leute das irgendwie nutzen allerdings ist diese taktik jetzt schon in der ja sag ich mal in der inneren szene selbst ist sie jetzt wird sie jetzt schon immer bekannter und es gibt halt ein spieler da draußen der sie sehr krass anwendet und nicht ohne grund mit einer der geheimsten stärksten spieler momentan ist über die kaum einer redet ja außer die dies halt wissen und damit möchte ich jetzt heute ein bisschen aufklären in dem video und zwar befinden wir uns heute auf s1 portugal ja das ist ein server der hat nicht sehr viel aufmerksamkeit und ich denke aber hier nach wird es ein bisschen anders aussehen um das allererst mal zu sagen die taktik ist sehr umstritten da man ja da kommen wir jetzt erst mal gleich darauf zu sprechen auf jeden fall sind wir hier auf s1 portugal und wenn wir hier in die ehrenhalle gucken dann sehen wir hier oben dass ein gewisser spieler mit dem namen dfps hier auf platz 1 steht das ist meistens nicht der fall dass er hier auf platz 1 steht aber momentan ist es gerade so es ist immer ein wechsel lasst mich das euch erklären und zwar hat der spieler folgende taktik ja sag ich mal perfektioniert und zwar ist es immer ein wechsel zwischen die leute auf seinem server abfarmen und sich wieder komplett droppen lassen das heißt momentan hat er die leute auf seinem server komplett abgefahren weil er ja komplett full equipt ist und tränke hat das ist aber nicht immer der fall ja seine taktik besteht darin sich komplett droppen zu lassen in der ehrenhalle und zwar soweit dass man halt die tränke komplett rausnimmt ja dass er keine tränke hat das equipment ablegt und es ist nicht ungewöhnlich wenn er im bereich chillt hier von 70 80 90 100 das erste mal wo ich ihn gesehen hatte war er sogar in den 200er bereich irgendwo und dann ist er hier so rumgelümmelt und das mit stufe 600 plus so das kommt daher zustande weil er halt überhaupt keine equipment und keine tränke drin hatte ja so was ist jetzt der trick an der taktik und zwar wenn man so weit unten ist ist man ja vom von der vom ehrenwert her ist man ja auch relativ weit unten das heißt man hat einen sehr starken charakter man hat einen sehr starken account aber wenig ehre so wenn ihr ehrenmäßig unter jemanden in der ehrenhalle seid dann könnt ihr den abfahren und euch das geld ein verleihen sozusagen das haben wir zum beispiel auf 54 server start gemacht da haben wir uns immer droppen lassen immer in der ehrenhalle droppen lassen und dann immer denselben abgefahren der immer geld gegeben hat vielleicht hat es einer von euch gesehen war sehr lustig gewesen ja und das hier ist im prinzip die taktik die er hier auch fährt nur in deutlich krasser und professioneller und perfektionierter und deswegen ist es ja nicht üblich dass er hier auch mal ganz weit unten im rang steht momentan ist er gerade auf platz eins auf seinem server und ja das ist im prinzip die taktik dahinter und zwar kann ich euch das ganze auch noch mal gleich mit ein paar zahlen und werten und fakten hinterlegen aber zuerst mal warum ist die taktik so ein bisschen verpönt naja es wird in der gilde selbst natürlich nicht gerne gesehen in der er spielt hier ich weiß nicht wie er das geklärt hat mit seinem geld ich denke mal der wird da wahrscheinlich sich da abgesprochen haben aber natürlich wenn ihr komplett euch nackig macht und keine tränke drin habt dann seite für die gilde natürlich nicht unbedingt ein starker charakter so und man kann nicht viel mit euch anfangen aber für den charakter selbst für den account selbst ist natürlich unglaublich profitabel und am ende des tages ist natürlich ein mehrwert für die gilde und ja nur temporär könnt ihr halt nicht sehr viel mit dazu beitragen und es verschwurbelt halt so ein bisschen das ergebnis so deswegen wird es nicht gerne gesehen aber das nur mal dazu ja und zwar ja ist dieser spieler von den werten her schon so weit oben dass man den mit den stärksten spielern der welt vergleichen kann ja wenn man jetzt mal in die fps das liegt erstmal auch daran weil er häufig gar nicht auf platz 1 ist auf seinem server jetzt ist er momentan auf platz 1 auf seinem server aber der server selbst ist nicht sehr gut vertreten ihr seht der server selbst ist nur auf platz 68 und von den werten her ist aber schon so stark wie die ersten leute hier ganz oben das kann ich euch auch gerne mal zeigen und zwar rechnen wir das ganze mal zusammen und gleich komme ich auch noch mal auf die zahlen was das am ende des tages bringt und womit das zusammenhängt ja diese taktik wenn man jetzt mal kurz den rechner in die hand nehmen würde dann sehen wir hier wann mache ich ich gebe mal kurz die zahlen ein ja ich gebe mal kurz die basiswerte ein 148 so 1 4 8 dann 0 8 2 0 8 2 plus den basiswert von ausdauer 9 1 9 1 2 1 6 2 1 6 so dann haben wir hier ein basiswert zusammen fusioniert von roundabout 240k so das ist der basiswert von dfps und auf dem basiswert kommt nachher am ende des tages an dann gehen wir jetzt mal hier auf den server von furaken ja der momentan hier auf platz 1 auf seinem international der momentan der stärkste spieler ist ja gehen wir mal auf seinen server und vergleichen dort mal die basiswerte dann gehen wir mal ein 1 1 7 2 0 8 so 1 1 7 2 0 8 plus 1 1 1 7 2 0 7 1 1 7 2 0 7 so dann sehen wir hier vom basiswert her ist furaken sogar schwächer als der dfps ja also der dfps hält sich extra low key auf seinem server weil er halt so oft sich selbst in der ehrenhalle droppen lässt daher steht sein server selbst in der internationalen ehrenhallen rangliste ihr seht es ja so weit unten her vom platz ja das hat halt eben den grund weil er halt nicht häufig auf platz 1 ist und der rest von seinem server ist halt eben crap die stehen halt eben ja aus gutem grund auf dieser platzierung hier ja und der stärkste spieler selbst müsste eigentlich hier oben stehen so das tut er aber nicht weil er sich immer droppen lässt so deswegen sogar furaken der anscheinend stärkste spieler hat nicht die basiswerte wie der dfps ja also von daher seht ihr schon mal dass er insgeheim hier eigentlich mit einer der stärksten spieler weltweit ist durch diese taktik so und jetzt gehen wir mal da ein bisschen genauer drauf ein und zwar wenn ihr einen gegner in der ehrenhalle angreift ja dann bekommt ihr gold wenn der gegner ehrenhallen technisch über euch steht zum beispiel auf meiner stufe bekomme ich hier 1,5 millionen gold an beute ja das liegt auch ganz doll mit eurem tal ist mit eurer talisman verzauberung zusammen denn hier bekommt ihr kampfgold bis zu 20 prozent und durch diese verzauberung bei der hexe wird das ja nutzt der dfps so krass diesen vorteil aus jetzt muss ich mal schauen welches ist das hier talisman und bei überfällen auf andere spieler beute chance zu erhöhen ja das ist auf jeden fall ziehen ja das von mal ist das ist das die verzauberung das war doch eine andere hier amulette ach nee das war abenteuer gegenstände ja verzauberung den ring abenteuer ja ja dann war das sehe ich immer nicht ganz durch sorry dafür auf jeden fall will ich euch das ganze mal vorrechnen hier und zwar nehmen wir dazu das tool von ma 21 das sf tool zusammen wo auch der dunge simulator drin ist und wenn man jetzt mal hier seine stufe hier oben eingibt dann sehen wir hier dass er 623 ist ja hier sehen wir auch dass der greifendrachen also die umweltprämie hier zu deutsch 10 millionen bringt da können wir auch noch mal gleich gucken auf 612 bringt sie 10 millionen und ab auf 611 erst 9 also auf 612 seht ihr es noch mal hier genannt ganz genau da ist dann der schwellwert wo es dann nicht mehr weitergeht ja und da bezahlt ihr halt 25 pilze für ein greif für ein skill punkt quasi so wenn wir jetzt auf die 623 gegen die momentan gerade ist dann sehen wir dass wie gesagt er 10 millionen hierdurch bekommt und aber bei der arena pro angriff den wert den wir eben auf mein char gesehen haben mit den 1,5 bekommt er hier auf seinem level 1,8 millionen gold und das ist natürlich sehr 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 krass wenn wir jetzt mal diese 1,8 525 97 mal 25 nehmen ja was er denn jetzt müsst ihr quasi sehen er lässt sich ja in der ehrenhalle droppen ja ganz 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 weit nach unten lässt sich nach unten das passiert auch ganz automatisch es sei denn er hilft dann nochmal nach und fahren sich selbst nach unten indem er andere angreift und sich dann selbst nach unten fahren lässt aber das kostet natürlich dann wieder pilze so da muss man gucken wie das im verhältnis steht denn auf jeden fall ist er ja denn ganz ganz weit unten und farmt sich dann wieder nach oben und dann bekommt er ja diesen gold reward von 1,8 millionen gold pro angriff das heißt wenn er 25 angriffe macht macht er 25 mal 1,8 millionen gold und das sind dann quasi 46 millionen gold für 25 pilze im optimalfall und das ist natürlich deutlich mehr gold als 25 pilze für den greifen drachen wo er nur einen skill punkt bekommt hier bekommt er 4,6 skill punkte für die ja für die gleichen pilzkosten so und das ist quasi die geheime taktik vom dfps und auch der grund warum er wahrscheinlich der momentan stärkste spieler auf der welt ist ohne dass irgendjemand überhaupt weiß dass er existiert großartig außer halt die leute die extrem krasse listen führen sowie strider wie dein nachbar und alle anderen die sehr weit oben stehen und ein auge drauf haben die wissen natürlich schon was abgeht und die wissen auch davon schon bescheid und wie gesagt die taktik selbst ist so langsam im umlauf gekommen so und jetzt wollte ich sie euch mal zeigen und euch mal vorstellen ja wie krass das eigentlich ist und was das für einen unterschied macht und ja wie man eigentlich gar nicht davon bescheid weiß wenn man wenn man es nicht wüsste sonst würde man sagen ja gut der ist ja fast so stark wie ich hier auf meinem server wo bin ich denn hier erst 31 hier sind wir ja das ist ja gar nicht mal so weit entfernt aber eigentlich musste er von den basiswerten her schon hier ganz ganz weit oben sein wie gesagt ist aber nicht der fall weil er sich auf seinem eigenen server immer droppen lässt um halt eben wenig ehre zu haben um sich dann halt wieder easy hochzufahren und diesen gold reward pro angriff halt mitnehmen zu können und deswegen weiß da hier so eine starken basis punkte vor sogar stärkere als fragen der momentan auf platz eins steht ja gut das wollte ich euch mal heute in diesem video mal zeigen die post ist da deswegen vielen dank fürs zuschauen haut rein und bis zum nächsten mal